Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva-Maria und Wolfram Zuhorst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebe kann alles. Heute geht es mir auch aus ganz aktuellem Anlass, aber da zu dem Anlass komme ich gleich noch, geht es mir um die Frage, die sich jeder von euch jetzt gleich mal stellen kann. Wie viel Zeit bin ich bereit, mir in meiner Beziehung für mich zu nehmen? Ich wiederhole nochmal. Wie viel Zeit nehme ich mir für mich in meiner Beziehung? Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ja, ich habe gerade eben gesagt, auch aus aktuellem Anlass. Damit fange ich mal an. Der aktuelle Anlass ist der, dass wir jetzt, viele von euch haben es mitbekommen, dass wir ja unseren Beziehungskurs für dich rausgebracht haben. Und ich kann mich nur bedanken für die ganzen Feedbacks, die es gegeben hat. Ich freue mich über die Feedbacks derer, die offensichtlich auf den Kurs gewartet haben und jetzt mittendrin sind und die Module schon wiederholen. Aber um die geht es mir jetzt heute nicht. Es geht mir um die Feedbacks, die so vom Wortlaut sind. Kann ich das denn auch mit meinem Partner zusammen machen? Und tatsächlich häufig kann ich das denn auch mit meinem Mann zusammen machen? Und da möchte ich schon mal an dieser Stelle sofort sagen, nein, das ist nicht das, was ich mit dieser Folge meine. Das ist auch nicht das, was ich damit meine. Mit dem für mich absolut wichtigen und so häufig auch in meiner Praxis auftauchenden Thema, inwieweit sind beide Partner in der Beziehung auch in der Lage und auch Willens, sich Zeit immer mal wieder für sich selbst zu nehmen. Und wenn wir diesen Kurs ganz bewusst, den Beziehungskurs für dich nennen, da haben wir uns ja was bei gedacht, dann geht es darum, jetzt diesen Kurs wirklich für dich zu machen. Also derjenige, der den Kurs entdeckt, sieht und irgendwie das Gefühl hat, ja, da geht was in Resonanz, das brauche ich jetzt für mich, den bitte ich jetzt an dieser Stelle nochmal unbedingt den Kurs für sich zu machen. Eine Folge von dieser Frage kann ich dir nicht auch mit meinem Partner machen? Oder, wie diese Frage dann weitergeht, wenn sie auf ihren Partner dann zugeht, diese Frau auf ihren Partner zugeht und sagt, du, ich habe hier was Tolles, lass uns das mal zusammen machen. Das wirkt häufig alles andere als attraktiv, alles andere als einladend. Das hat unter Umständen etwas Bedürftiges, aber es hat auch, weswegen ich sage nicht einladend. Einladend ist es dann, wenn ihr den Kurs gemacht habt für euch und entdeckt habt, okay, ich fühle was Neues, ich habe was Neues erkannt, ich richte mich neu aus. Das strahlt in eurer Beziehung aus und das kriegt in der Regel, das ist zumindest meine Erfahrung, kriegt das der Partner auch mit. Dafür muss er den Kurs nicht mit dir parallel machen, sondern es macht ihn viel neugieriger und es ist ein viel echterer, kraftvollerer Weg, wenn ihr gerade in einer Schwierigkeit seid in der Beziehung oder gerade eine Krise habt, dann ist es aus meiner Erfahrung auch wirklich ein bisschen zu viel verlangt. Ich erlebe es nie, dass beide sich gleichzeitig auf denselben Weg machen. Von daher nochmal hier, mach du den Kurs für dich und im glücklichsten Falle entdeckst du etwas für dich, wo du sagst, so geht es nicht mehr weiter, ich habe meine neue Richtung erkannt, ich habe Ideen, ich habe Gefühle, die ich noch nicht hatte und jetzt gehe ich meinen Weg und dann schaue ich mal, was davon auf den Partner vielleicht ausstrahlt. Ich komme ja ganz häufig mit Paaren, logischerweise deswegen kommen sie zu mir, in der Praxis in Kontakt, die zu mir kommen und sagen, Herr Zost, ich bin so, also ich führe ja am Anfang immer die Einzelgespräche, auch wenn ein Paar kommt, gibt es ja immer erst das Gespräch mit ihm und dann das Gespräch mit ihr, bevor ich dann mit beiden zusammenrede. Und immer wieder höre ich von beiden, von dem Mann und der Frau, Herr Zost, ich bin so unglücklich, ich bin unzufrieden und das nicht seit Monaten, sondern meist tatsächlich seit Jahren. Und wenn wir dann der Frage näher auf die Spur kommen, dann höre ich immer wieder, ja, ich bin unzufrieden, weil mein Partner hört das gar nicht mehr, er interessiert sich für dieses gar nicht mehr, er kriegt mich gar nicht mehr mit und er probiert mit mir auch schon lange gar nichts mehr aus. Das höre ich von beiden, Männern wie auch Frauen. Was ich nicht höre, was ich nicht höre, ist, Herr Zost, ich bin mit mir unglücklich. Ich habe den Kontakt zu mir verloren. Ich bin irgendwie unzufrieden. Mir gelingt dieses oder jenes gerade nicht. Das ist vielmehr das, wozu ich euch jetzt heute in dieser Folge einladen möchte, dass ihr, wenn ihr gerade in einer Beziehungskrise seid oder einfach merkt, das Wort Krise ist immer ein bisschen schwierig, ihr gerade merkt, so kann die Beziehung und darf die Beziehung nicht weitergehen. Ihr lebt nebeneinander her, ihr habt überhaupt keine Form der Berührung mehr, ihr absolviert irgendwie euren Ehealltag. Dann kann ich euch nur sagen und raten, bitte nehmt euch Zeit für euch allein. Nehmt euch Zeit, wo ihr, und dafür haben wir diesen Kurs rausgegeben und dafür biete ich die Coachings an, wo ihr wirklich euch eurer selbst bewusst wird. Darum geht es. Ich erlebe halt viel zu häufig, und darum geht es mir jetzt in dieser Folge auch, dass Männer wie auch Frauen in der Beziehung, gerade dann, wenn es nicht gut läuft, die Verantwortung abgeben. Die Verantwortung für den momentanen Zustand ihrer Beziehung abgeben. Sie wirklich glauben, sie oder er glauben, naja, wenn der andere doch mal was anderes machen würde, oder wenn sie das endlich mal wieder machen würde, dann sähe es ja bei uns beiden ganz anders aus. Und das ist einfach, wir haben schon häufiger gesagt, das ist einfach nicht wahr. Das funktioniert nicht. Wenn ihr, ich komme nochmal zurück auf die Frage, kann ich das mit meinem Partner auch zusammen machen? Ich habe gesagt, unter Umständen kommt da ein Gefühl von Bedürftigkeit bei deinem Partner an. Aber für mich wäre es jetzt viel wichtiger, dass du, der diese Frage stellt, dass du dich mal fragst, was ist meine eigentliche Motivation in dieser Frage? Warum will ich diesen Kurs nicht alleine antreten? Warum habe ich das Bedürfnis, den mit meinem Partner zusammen zu machen? Was ist die wahre Motivation dahinter? Hast du das Gefühl, wenn ich den alleine mache, in der Phase, dann haben wir noch weniger Berührungspunkte? Ist es möglicherweise das Gefühl, dass du sagst, nee, also da steht mir jetzt nicht zu, dass ich mich mit mir beschäftige, weil wir haben doch ganz akut ein Beziehungsproblem. Da kann ich doch jetzt nicht mich um meine eigenen Themen kümmern. Das sind mögliche Gedanken, die hochkommen. Und das Wichtige ist, egal was da hochkommt, bitte fühlt es. Legt euch auf die Lauer, das meine ich damit, euch eurer selbst bewusst zu werden. Bei anderen kommt ein Gefühl von Verlustangst hoch. Wenn ich das jetzt nur für mich mache, obwohl wir doch gerade offensichtlich in der Beziehung Schwierigkeiten haben, na ja, dann ist er oder ist sie wirklich weg. Deswegen, mein Appell heute an euch ist, nehmt euch jetzt einen Moment Zeit für euch, egal wie schwierig gerade es in der Beziehung ist, egal an welchem Punkt ihr da gerade seid. Und nochmal ein kurzer Querverweis, nicht nur, wenn die Beziehung gerade schwierig ist, rate ich euch, Zeit für euch allein zu nehmen, um euch zu fühlen, um euch zu beprüfen, wo ihr seid, ob ihr noch auf eurem Weg seid, ob ihr wirklich noch zufrieden seid, ob ihr noch stattfindet in der Beziehung. Auch dann, wenn die Beziehung scheinbar gut läuft und ihr das Gefühl habt, ach ja, es ist ganz nah mit uns beiden und wir gehen in die gleiche Richtung. Auch dann kann ich euch nur raten, nehmt euch immer mal wieder Zeit für euch. Ich tue das auch, Eva tut es auch. Immer mal wieder Zeit, einfach um, was ich gerade sagte, um mit euch zu kontakten, um zu fühlen, okay, bin ich noch wirklich in meiner Kraft? Bin ich noch im Kontakt mit mir? Bin ich noch auf dem Weg? Ist das, was ich hier von mir sage, preisgebe, zeige, ist es das, was mir entspricht? Ist es das, was ich will? Ist es das, was sich für mich lebendig anfühlt? Was sich kraftvoll anfühlt? Ich weiß, deswegen sage ich das, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, aus unserer Erfahrung in unserer Beziehung, wie gut es ist, wie gut es uns tut, immer mal wieder auch Raum für sich zu haben, um dann wieder aufeinander zu gehen. Also, wenn ihr jetzt an dem Punkt seid und immer noch glaubt, wenn er doch mal das tun würde oder wenn wir gemeinsam diesen Kurs machen würden, absolvieren würden, dann bitte ich euch jetzt, versucht davon loszulassen, versucht mit euch zu sein, in Ruhe zu sein und es gibt noch etwas. Natürlich höre ich auch häufig, wenn es um das Thema Alleinsein geht, Zeit für sich zu nehmen, höre ich etwas, ich kann sehr gut mit mir allein sein. Das höre ich ziemlich häufig. Und dann sage ich, okay, das klingt ja schon mal ziemlich gut. Und verlockend, was passiert denn dann? Und wie, das ist die andere ganz wichtige Frage, wie verbringst du denn dann die Zeit mit dir alleine, wenn du allein bist? Naja, und dann höre ich sehr häufig, ja, dann bin ich mal mit meiner Familie, ja, dann bin ich mit meiner Mutter oder dann bin ich mit meinen Freundinnen oder bei Männern ganz beliebt, dann bin ich beim Sport oder sitze auf meinem Fahrrad. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das ist nicht der Kontakt, den ich anspreche. Das ist nicht der Moment, um den es mir jetzt hier heute in dieser Folge geht, wo ihr wirklich mit euch die Möglichkeit erschafft, euch auf eine andere, tiefere, wahrhaftigere Art zu begegnen und kennenzulernen. Und darum geht es mir. Bitte, wir haben den Kurs extra so konzipiert, dass ihr Schritt für Schritt an die Hand genommen werdet und hindurchgeführt werdet, so dass ihr die Möglichkeit habt, und das sagen mir auch einige der Feedbacks, dass ihr die Möglichkeit habt, wirklich in Bereiche eurer vorzustoßen, die bisher durch euch selbst unentdeckt waren, die euch unbekannt waren. Und darum geht es in Beziehung. Beziehung, ich habe das schon mehrfach gesagt, ist eine permanente Entwicklung. Und das klingt so vielleicht nüchtern, das klingt für manche anstrengend, für mich klang es damals auch, und fühlt es sich auch anstrengend an, dass es immer weiter ging, dass es immer wieder etwas zu entdecken gab. Mittlerweile weiß ich, ich kann gar nicht mehr so. Ich glaube, wenn die Entwicklung aufhört, ich hätte das Gefühl, mein Leben wäre ausgehaucht. Also es geht um die Entwicklung, aber die Entwicklung findet in jedem von euch beiden statt. Und darum möchte ich euch heute zum wiederholten Male sagen, nehmt solche Gelegenheiten wie den Kurs. Wählt ein Coaching, wenn ihr festhängt, um erstmal eure Hausaufgaben zu machen, um wirklich ein Wissen, das Bewusstsein eurer selbst zu schärfen. Und damit könnt ihr dann auch viel genauer sagen, nicht, er macht das nicht und er hört mir nicht mehr zu, sondern ihr könnt sagen, okay, ist ja kein Wunder vielleicht, das ist das, was ich in der Praxis dann so häufig erlebe. Ist ja kein Wunder, dass er mir nicht mehr zuhört. Ist ja kein Wunder, dass er gar keine Lust oder sie gar keine Lust mehr hat, mit mir das auszuprobieren. Ich bin ja gar nicht wirklich da. Ein Klassiker. Männer, die mir sagen, meine Frau, die sagt zu mir, und das hat sie mir jetzt mehrfach vorgeworfen, ich bin gar nicht mehr ein Mann, ich wirke gar nicht mehr männlich auf sie. Und wenn ich mit dem Mann dann da reingehe und versuche, das zu verstehen, dann höre ich sehr häufig von den Männern, die mir sagen, ja, ich bin da, natürlich bin ich noch da, auch wegen der Kinder und wegen meiner Frau. Und dann sage ich, und was ist, wenn sie da sind? Ja, dann sitze ich hier und arbeite noch was oder ich sitze mal vorm Fernsehen oder ich kümmere mich um den Garten. Das ist natürlich, ich glaube, ich erzähle euch jetzt kein Geheimnis, dann dürft ihr euch doch nicht wundern, dass ihr nicht wahrgenommen werdet, egal ob als Mann oder Frau. Es geht darum, da möchte ich euch bei helfen und da möchte ich euch jetzt aufrufen, es geht darum, dass ihr wieder in eure eigene, ganz eigene Kraft und Strahlkraft und Freude und Lebendigkeit kommt. Aber auch, ganz wichtig, es geht ja nicht nur um Freude, auch in eure Verletzlichkeit. Dass ihr wisst, wo Punkte sind, die euch vielleicht schwerfallen, wo Punkte sind, wo ihr besonders vorsichtig, einen vorsichtigen Umgang euch wünscht von eurem Partner. Das sorgt aber für eine Nähe. Das sorgt für eine neue Form der Nähe. Wenn ihr wisst, es gibt gewisse Sensibilitäten bei euch, es gibt gewisse Berührungspunkte, es gibt Situationen, wo ihr einfach vorsichtiger, euch einen vorsichtigeren Umgang wünscht. Das sorgt für Nähe, das sorgt für ein Verständnis, wenn ihr darüber reden könnt. Also, noch einmal bitte, ich hoffe, dass in dieser Folge angekommen ist, dass ihr bitte die Verantwortung, bevor ihr jemand anders da draußen verantwortlich macht, für das, was euch nicht mehr reicht, was euch nicht mehr erfüllt, was euch schmerzt, was euch fehlt, nehmt die Verantwortung in die Hand, guckt euch wirklich jetzt erstmal euer Leben an, durchforstet euer Leben und kommt überhaupt in eurem Leben an, um von dort aus wieder auf euren Partner, eure Partnerin zuzugehen. Und wenn ihr das nicht alleine könnt und ihr jetzt sagt, Mann, das habe ich doch längst ausprobiert, das hat überhaupt zu nichts geführt, ich habe eine Veränderung durchlaufen, das höre ich ja auch häufiger mal, und mein Partner, den hat das überhaupt nicht interessiert, der hat davon überhaupt keine Kenntnis genommen, dann kann ich euch tatsächlich diesen Kurs ans Herz legen, alle Infos dazu findet ihr hier unten drunter unter der Folge oder ihr kommt ins Coaching, wie auch immer, aber bitte findet euch nicht damit ab und tretet an für euch, für euer Erscheinen, für euer Blühen in der Beziehung. Das ist das, warum ich diese Arbeit tue. Das ist das, was mich bis heute berührt, wenn ich mit Paaren arbeite oder wenn ich solche Feedbacks lese, derer, die jetzt den Kurs gemacht haben. Also in diesem Sinne, denkt daran, Liebe kann alles. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Wolfram. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva-Maria und Wolfram zu Ostern. Das war Liebe kann alles Gute. 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 Das war Liebe kann alles Gute.